Bei einer Fahrt auf der Autobahn oder Schnellstraße lassen sich mit Tempo 100 statt 130 unter optimalen Bedingungen etwa 25% Diesel bzw. Benzin einsparen. Lassen sich diese Einsparungen auch auf den Gesamtspritverbrauch Österreichs umlegen? Autos auf Autobahnen und Schnellstraßen machen 34% der österreichweiten Verkehrsleistung aus. Mehr als die Hälfte davon findet in Tempo 80 bzw. 100 Bereichen statt. Auf den übrigen Autobahnstrecken werden im Durchschnitt deutlich weniger als 130 kmh gefahren. Etwa 120 kmh auf dreispurigen und 105 kmh auf zweispurigen Abschnitten. Schreibt man durchgängig Tempo 100 vor, lassen sich dadurch ein bis drei Prozent des österreichischen Spritverbrauchs einsparen. Das sagt auch der Sachstandsbericht Mobilität des Umweltbundesamtes. Ist ein Ende von Tempo 130 die Lösung für einen möglichen Energieengpass? Wohl kaum. Dafür ist der Hebel zu klein. Und massive Überwachung erzeugt auch Widerstand. Daher überzeugen statt strafen. Je mehr mitmachen, desto mehr bringt's.